Wegpacken, ganz so viel brauchen wir jetzt dann doch nicht. Bin davon ausgegangen, wir brauchen mehr. So. Tak, tak. Mal alles mitnehmen. So. Hep, hep, hep. So, dann diese zusammengewürfelte Plattform hier werden wir dann auch umziehen. Werden wir dann das Ganze auch ein bisschen anders bauen. So. Was habe ich da zusammengezimmert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts Sinnvolles. Und gedacht dabei schon gar nicht. Das ist, äh, ja. Vergessen wir das. So. Da, hep, so. Okay. Du weg, du weg, du weg. So, dann haben wir das. Also, hier wird das reine ME-System reingebaut. Ohne Maschinen, ohne irgendwas. Das Einzige, was ich hier mit reintrieben werde, ist eine Backup-Energiezelle. Ne, wobei, brauche ich ja nicht. Wir werden nämlich einen kompletten Energieraum bauen, der mehr wie genug Energie haben sollte. Ähm, was wir mal machen können. Hier werde ich einen Energiewürfelraum reinbasteln. So, warte mal. Dann machen wir mal hier Tag. So. Dann haben wir Durchgang 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reicht er soweit? Äh, fast. Okay. 1, 2, 3, äh, 5, 6, 7. Das war einer zu weit. Gut. So. Schweinziegel können wir ja unendlich generieren, also kann auch mal eine runterfallen, das ist nicht das Problem. Das haben wir gleich wieder gerade gerückt. So. Zweite Plattform. Was fällt denn da ständig runter? Okay. Ein Schaf. Mörder. So. Eine Uranoid. Brauchen wir für Tomcraft, ne? Aber die steht hier immer mit dem Weg. Ach, die liebe Zeit. Das dauert ja 100 Jahre, bis sie weg ist. Okay, gut. Lassen wir das. So. Ähm. Hier kommt dann der Energiewürfel rein. Also da werde ich einen Energiewürfel komplett aus resonanten Energiezellen bauen. Wird ein äh, Megaaufwand. Das wird richtig viel Arbeit, das Materialrand zu schaffen dafür. Weil wir ja unter anderem tonnenweise Schwefel dafür brauchen, aber... Naja. So. Hier kommt der Energiewürfel rein. Hier drüben machen wir den Crafting-Computer. Dann haben wir nur kurze Strecken für das ME-System. Da müssen wir da gar nicht so viel verdrahten hier. Darum geht's. Dip, 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 dip. Dann haben wir zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wunderhübsch. Wunderhübsch. So. So. Dip, 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 drei, eins, zwei, drei, frei, tack, tack, tap, 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 eins, zwei, drei, so. Ecke, eins, zwei, drei, Ecke. Wunderhübsch. So. Wunderhübsch. Wunderhübsch. So. Wollen wir mal gucken, wie wir das ganze basteln. Wo ist ein Skelett? Warum stehst du nur hier außen? Hallo? Verwinde. So. Ja, unser zusammengewürfeltes Ding hier. Das ist Wahnsinn. Das funktioniert zwar, aber es ist bei weitem nicht so gedacht wie, äh, gebaut wie gedacht. Also das ist eher lächerlich. Und auch hier die kleinen Energiezellen, da kriegst du ja nix. Äh. Alter, willst du mich verarschen? Ich war fünf Zentimeter da hinten? Ernsthaft? Ja, 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 genau. Schießt euch mal kurz ab hier alle. Danke. So. Kommt. Kommt, meine Kleinen, kommt. Danke. Für den Creeper loswerden. Der ist am gefährlichsten hier. So. Äh. Hilfe. Weg. Wir haben ja zum Glück eine schöne Porno-Waffe hier. Ja, siehst du, ausleuchten, das habe ich verpennt hier. Ach so, wir haben ja sowieso no Creeper-Damage hier drin, ne? Äh. Haben wir das? Ah, sehr schön. So. Ich setze jetzt mal kurz einfach ein paar Fackeln. Nur damit hier nichts mehr spawnen kann. Das richtige ausleuchten machen wir dann nachher noch. So wie es dann gehört, dass er nichts mehr spawnen kann. Ähm. Ja. Ist jetzt einfach nur, dass wir... Oh. Skledging. Okay. Dass wir hier... Äh. Mal in Ruhe basteln können. So. Das Ding muss dann auch alles weg hier. Weiß gar nicht. Haben wir, wo eng meiner hier drin? Weiß jetzt gerade gar nicht. Machen wir alle. So. Äh. Ach, haben wir gar nicht. Dann müsste man ja alles hier von Hand nochmal einebnen. Oder kurz sagen, mit TNT wegbomben. Das kann man natürlich auch... Wenn wir alles umgezogen haben, richtig aufgebaut haben, können wir das Ganze einfach mit TNT weg... Äh. Sprengen. Lässt sich ja einfach machen. So. Äh. Jetzt die Frage. Den Crafting Cube. Theoretisch... Können wir den hier reinbauen und das Ding zulassen? Denn an den Crafting Cube müssen wir ja eigentlich nie wieder ran. Ach. Also wenn er einmal fertig gebaut ist. Dann macht man hier kurz ein Kabel rein und das war's. No. So. Jetzt bin ich aber am überlegen. Ich hätte gerne eine Zwischenebene für Kabellage etc. Eins, zwei, drei. So. Ähm. Ja. Dreierhöhe. So. So hätte ich das Ganze gerne. Dass wir das Ganze jetzt diesmal ordentlich mit Zwischenebenen alle machen können. So. Dann ist die Innenraumhöhe zwar, die wir benutzen können, nicht mehr so hoch. Aber das ist ja immer primär Wurst. Denn wir können ja mehrere Stockwerke noch dran bauen. Also den Siebraum zum Beispiel werden wir natürlich wieder aufbauen für Rohstoffe. Ähm. Den können wir ja zum Beispiel so bauen, dass wir in einem Raum die ganzen Pulverasierer stehen haben, die Materialrand schaffen. Äh. Ja, das ist richtig. Äh. Ähm. Ähm. Machen wir mal irgendwo eine Fackel her. Wenn wir nämlich zu weit weg fliegen, dann spawnt sich hier alles tot. So. Hier machen wir sowieso zu. Das ist dann rein nur für, äh, Kabellage. So. So. Genau. Wunderbar. So. Ich geh jetzt mal kurz Fackeln holen. Und etwa einen Schrottscher wieder ablegen. Tak, 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 tak. So. Fackeln. Ne. Keine Fackeln mehr. Wir haben nicht mal Rezepte fackeln. Das ist doch. Ja. So Sachen dann. Ich meine, wir haben im Crafting Cube nachher Platz. Da müssen wir nicht rumgeizen. Deswegen. Einem einzelnen Teil. So. Das ist sehr gut. Zwischenebene haben wir. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh. Oh, das wird eine niedrige Raumhöhe tatsächlich. Okay. Sechs, sieben, acht, neun. Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es geht ja drum pro Stockwerk, was wir da am Platz haben. Hm. Hm. Dann müssen wir überlegen. Zwischenebene doch eins kleiner machen. Dass wir nur einen Zweier Innenraum haben. Es geht ja nur darum, Kabel drin zu verstecken. Dann haben wir hier aber einen Innenraum, äh, eins höher zur Verfügung. Ich überlege jetzt gerade wegen dem Reaktor und dem Crafting Würfel. Aber theoretisch könnten wir auch einfach hergehen und den Reaktor und den Crafting Würfel einfach mit komplett durchziehen. Weil für den ME Raum zum Beispiel brauchen wir nicht so einen mega großen Platz. Die Laufwerke können wir hier schön alles in der Wand integrieren. Die ganzen Controller etc. Äh. Der Pulverisierer braucht theoretisch nicht mehrere Ebenen. Wir können es zwar aufteilen, aber... Zunut können wir in die Kablebene mit runter. Ich will das Ganze ja so bauen, dass wir nachher nicht mehr rein müssen. Ja, das ist das Ding... Quasi... Ein Versorgerwürfel, wenn man so viel... Den man nicht mehr betreten muss. Weil alles automatisch läuft. Wird jetzt natürlich erstmal ein... Größerer Akt wieder, bis wir das haben. Ganz klar. Aber... So hätte ich das Ganze gehaften. Dann zieht man hier nämlich eine Zwischenebene rein. Und dann haben wir bereits... Für eine nächste Etage... Äh... Vorgemerkt. So. Mal Steine holen kurz. Zip. Haben wir denn... Äh... Tinkers... Ich weiß nämlich gerade nicht wo unser Hammer ist der... Wie heißt der hier? Erzähl mal... Tinkers Construct Werkzeuge suche ich gerade. Brrrrp. Hat mir noch kein Hammer gemacht? Heißt einfach Hammer. Okay. So. So. Haben wir keinen Hammer? Nö. Haben wir alles mit der Pieke abgebaut? Ernsthaft? Ach du liebe Zeit. Okay. Wachen wir das vor allem. Wir haben nicht mal eine Hammerkussform. Okay. Wird halt wesentlich schneller gehen mit einem Hammer. Alumid das Problem ist da brauche ich nur Tonnen an Alumid. Okay. Wollte nämlich schon mal direkt anfangen hier zu klauen. Aber mit einer Pieke das dauert ja doch eine ganze Weile dann. Da sind wir im Hammer doch wesentlich schneller. Hm. Okay. Müssen wir bei Gelegenheit dann mal machen. Vielleicht sogar wenn die Schmelze dann schon mal läuft. So. Oder haben wir noch Alumid im System? Warte mal. Geschmolzen. 500. Brrrrp. Reicht nicht so weit. Na. Okay. Gut. Wir haben ja noch Zeug im System. Sieht das jetzt aus mit der Kohle? Funktioniert das? Holzkohle. 177. Auf was hab ich denn eingestellt? Wollte ich jetzt gar nicht. Brrrrp. Brrrrp. Obf man sowieso alles weg nachher. Ist also egal. Mal kurz fackeln. So. Auf was bist du eingestellt? 128. Genau. Das war jetzt noch die Restmenge die im Ofen war. Sehr gut. Funst. So. Ähm. Ja. Weiter bauen. Hm. So. Also für den ME Raum das reicht auf jeden Fall. Wir können ja. Naja. Ist ja Quatsch. Wir können den Innenraum ja variieren von den. Höhen her. Für den Reaktor jetzt zum Beispiel. Den können wir ja größer bauen. Ähm. Innenraum technisch. Weil wir brauchen. Ähm. Pfff. Pfff. Ja. Wir brauchen quasi nur eine. Leere Seite. Wo wir die ganzen Anschlüsse und das ganze Verkabel dann. Ganze Verkabelung dann mit machen. Den Rest können wir theoretisch alles komplett zubauen. Na. Da müssen wir ja theoretisch nichts mehr machen. werden. So. Mal kurz hier alles ab. Äh. Ausfackern. Also ausleuchten. Hier weißt du schon. Pff. So. Wunderlich. Okay. Dann haben wir das stehen. Dann fange ich mal an. Crafting Computer. Den können wir schon mal komplett umziehen. Da hat im Moment sowieso nicht wirklich die Funktion die er eigentlich haben sollte. So. Ziehen wir den mal um. Bin natürlich noch einiges angecraftet bis er jetzt auch mal steht. Aber. Pff. Ja. So. 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 Da werden wir anfangs noch sehr oft rein müssen bis wir jetzt mal die ganzen Rezepte so nach und nach automatisiert haben. Aber wenn die mal drin stehen dann machen wir einfach. Klappe zu. Haufe tot. Machen wir einfach das Loch zu. Und das war's. Dann haben wir alles. Dann haben wir das alles erledigt. Und äh. Können den Raum dann abschließen wenn der Reaktor fertig gebaut ist. Äh. Können wir da auch einfach einen Deckel drauf machen. Und das war's. Da müssen wir dann auch nie wieder rein. Dann können wir dann wie gesagt komplett selbst regulieren. So. So. Dipp. 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 So. Haben wir den ersten Kasten schon mal komplett mitgenommen. Äh. Alle. Achso. Die ganzen Rezepte. Die können wir jetzt eigentlich mal nehmen und kurzerhand mal komplett platt machen. Alle. Dann richten wir uns das einmal komplett frisch ein. Denn wir haben im Moment überall nur so gestückelt gestückelt hier und da mal was automatisiert. Aber das bringt nichts. So. Dipp. 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 Ähm. Rrrp. Alles mitnehmen. Dapp. 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 So. Hep. 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 Ähm. Schablonen. Dapps. Was machst du eigentlich? Ach. Du kriegst das ganze Zeug von der Siebanlage drüben, ne? Uh. Ja. Genau. Der packt das dann nochmal um. Kriegst du überhaupt noch Input? Nicht so wirklich, ne? Hm. Ja. Wie gesagt. Müssen wir dann, ups. Alles umbauen. Schäpe. So. Die können wir jetzt ja auch von Handcraften. Ist ja Wurst. Ach. Du kannst weg. So. Kammer. Da. Da. So. Wir werden denn jetzt. Ups. Ah. Jetzt habe ich die Tiefenspeicher abgeschrottet. Warte mal. Tch. Noch haben wir das System ja angeschlossen. Deswegen sollten wir es auch noch dran lassen. Kabel. Mal kurz wieder connecten hier. Dapp. 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 Zack. So. Angeschlossen. Damit ihr auch wieder laufen. Scheinziegel 0. Jetzt hat er alles komplett abgesehen. Ach ne. Wir haben sie ja aus dem Speicher schon rausgenommen. Ah ok. Jutti. So. Zip. Ok. Dann werden wir mal anfangen. Und zwar. Zwischenebene. Ähm. 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 Da kann man die meiste Kabellage hier tatsächlich unten drunter verstecken. Muss ja nicht immer rum machen. Gucken wie man das ganze jetzt anstellt. Da. Ja. Genau. Dann gehen wir jetzt einmal hier außen rum. Dann haben wir die ersten zwei Räume schon mal komplett drin. so. So. Den Bau der Räume. Den Rohbau. So. Ähm. Da. 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 So. Dann ziehen wir dich hier rüber. Du da. Ups. Du da runter. So. Und den dann noch rüber. So. Tak 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 tak. Und. So. Dann können wir den Winfeln von Boden bis Decke bauen. Der braucht ja äh. Kein Innenraum oder Kram. Dann können wir nämlich hier einfach das ME Kabel anschließen. Ssssit hier rüber. Pfff. Fertig. Sache erledigt. Dann können wir unten zum Beispiel noch eine Etage ME Laufwerke oder so mit rein bauen. Äh. Pfff. Ja. Können wir ja dann alles schön variieren. Na. Macht alles schön.